ja und damit willkommen in einem neuen video und ja ihr habt richtig gelesen es gibt mal wieder ein kleines csgo giveaway und das handy stört jetzt hier erstmal rein und es geht hier um diese vier skins her das andere ist noch egal das kommt noch alles her aber es geht hier einmal um die kill confirmed in welborn was für mich aber eigentlich nicht wie welborn aussieht muss ich mal ganz ehrlich sagen ist man sieht hier ein bisschen was und hier unten ein bisschen aber im allgemeinen eigentlich noch ein sehr sehr schönes kind dann haben wir eine neue paladin mit zwei stickern eine ak-red-line viel testet und eine m4 xyrex auch viel testet und ja das einzigste was sie machen müsst ihr müsst im kanal abonniert haben und unten rein schreiben erstmal für welches kind sie euch denn interessiert denn das ganze geht natürlich nicht an einen gewinner sondern natürlich wird es dafür gewinner geben und deshalb unten in die kommentare einfach ihr könnt einfach den namen hinschreiben also was ich wenn jetzt wenn ihr euch zum beispiel interessiert und wenn ihr sagt ihr interessiert euch nur für die kill confirmed braucht ihr auch nur kill confirmed reinschreiben oder so also ihr braucht nicht ein was ich eigentlich speziell ausgefallenen kommentar schreiben nein das reicht völlig wenn ihr euch wenn ihr einfach bloß hinschreibt was für ein skin zum beispiel ihr an welchem skin ihr interesse habt und dann wird das ganze ausgelost und zwar am lasst mich kurz schauen das ist das ist samstag der dritte ne das ist scheiße da bin ich nicht da sagen wir einfach mal donnerstag den ersten september solange jeder skiff away solange habt ihr zeit teilzunehmen und dann wird es wird das gewinner video natürlich noch kommen und ich wünsche natürlich allen ganz viel spaß und natürlich auch ganz viel glück also nicht vergessen ihr könnt auch alle vier namen reinschreiben dann kommt ihr in den lust auf bei allen vier aber wichtig kanal abonnieren und ein kommentar schreiben ja das war es eigentlich von mir ich verabschiede mich und sage tschüss bis zum nächsten mal